Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Sinan G Gangsters Paradise. Das letzte Album Checkpot erschien im März 2019. Knapp ein Jahr danach kommt nun Album Nummer 7. Die genaue Tracklist und die Features wurden bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das Album kommt über Urban und erscheint als Box. Thiago Rayog. Das letzte Album von Thiago erschien im März 2018. Fast zwei Jahre später kommt nun mit Rayog das zweite Album der Saarbrückener. Das Album beinhaltet zwölf Tracks. Features kommen von Sierra Kid und Zero. Das Release kommt über Outer This World und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.